Wir haben interessante Neuigkeiten für Fans, Remy Benzebeini wird nach einer schwierigen Saison bei Borussia Dortmund für eine mögliche Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach in Betracht gezogen. Schauen wir uns die Details an und was dies für unser Team bedeuten könnte. Benzebeini wechselte im vergangenen Sommer zu Borussia Dortmund, nachdem er Borussia Mönchengladbach verlassen hatte. Er kam mit der Mission, Repa El Guerrero zu ersetzen, doch seine erste Saison in Schwarz-Gelb war voller Herausforderungen. Anfangs war Benzebeini ein absoluter Starter, der sein Potenzial und sein Können unter Beweis stellte, doch seine Leistung ließ nach, ebenso wie die seiner Kollegen. Der Mangel an Alternativen im BVB-Kader führte dazu, dass er fast immer spielte, auch wenn er nicht in Form war. Im Winter verpflichtete Dortmund den Linksverteidiger Ian Marzen, der schnell den Platz von Benzebeini einnahm. Von da an verbrachte er den größten Teil der zweiten Saisonhälfte auf der Bank. Um die Sache noch komplizierter zu machen, zog sich Benzebeini bei seinem Einsatz in der Nationalmannschaft eine Knieverletzung zu, sodass er in der zweiten Saisonhälfte nur noch vier kurze Spiele bestritt. Derzeit befindet er sich in Marbella, Spanien, und arbeitet intensiv an seiner Genesung. In einer so schwierigen Saison stellen sich Fragen nach Benzebeinis Zukunft beim BVB. Wird er seinen Platz im Dortmunder Team zurückerobern können? Oder wäre eine Rückkehr zu Borussia Mönchengladbach eine sinnvollere und erfolgversprechendere Option? Für viele Gladbach-Fans ist die Idee, Benzebeini zurückzuhaben, reizvoll. Er hat sich während seiner Zeit beim Verein bereits als wertvoller Spieler erwiesen und Qualität und Erfahrung in die Abwehr eingebracht. Seine Rückkehr könnte den Kader weiter stärken und für Stabilität auf der linken Abwehrseite sorgen. Seine Erfahrung in der Bundesliga und seine Vertrautheit mit dem Verein könnten entscheidend für eine erfolgreiche Saison sein. Darüber hinaus bietet seine Vielseitigkeit auf dem Feldtrainer Gerardo Sioane mehrere taktische Optionen. Wir wollen deine Meinung wissen, Fenn. Was halten Sie von einer möglichen Rückkehr von Remy Benzebeini zu Borussia Mönchengladbach? Hinterlassen Sie Ihren Kommentar und beteiligen Sie sich an dieser Diskussion. Ihre Meinung ist für uns von grundlegender Bedeutung.